so gut wir haben keine buckets zu füllen wo sind eigentlich unsere ganzen buckets ich hoffe mal die sind nicht irgendwo verboten stocks backpacks fallen die unter boxes und bags nein und unter bins auch nicht barrels fallen sie auch nicht buckets okay sind keine verboten wir haben 20 stück das dürfte doch reichen gucken wir mal weiter gucken wir mal kurz nach essen und trinken essen könnte etwas besser aussehen was sagen unsere tiere wir haben sehr viele hunde die irgendwann geschlachtet werden müssen nebenbei hund ich habe noch etwas herausgefunden in meiner abwesenheit also während des cuts und zwar die hunde da draußen sind gar nicht mal so eine schlechte idee gewesen das problem ist sie können keine diebe aufspüren weil sie dafür zu weit weg sind deswegen gibt es hier noch mal ein pen pen und paste shop und dort werde ich einen hund einsetzen so erst einmal während ich mal kurz gucke die hunde darum sind glücklich ja genau wir fangen jetzt mal an für die restlichen hunde vor allem für die welpen ein extra raum zu bauen und zwar möchte ich meine tiere nachher alle oben bei der farm haben und zwar noch sowas wie pilz farmen gerne hätte und sowas und da haben wir ja auch noch ein paar eine aufgabe channel befehl mal geben und hier bitte weg channel wie wir rufen wir die treppe die signation ruf construction so kann die irgendeine rufen und wenn wir schon mal dabei sind floor grades groß g haben wir noch welche grades ok jup floor grade so das wird also auch schon mal was naja wenn das mit dem stock bei nicht äh für stock bei nicht reichen sollte übrigens gehört da noch was weggechannelt sehe ich gerade nämlich hier äh floor grade und wir haben keine mehr so dann noch mal einen channel befehl hier nämlich muss noch was weggechannelt werden so da sind sie schon mal dabei weg channeln zu wollen einer jedenfalls während der andere hier den raum für die hunde aushebt und wir haben noch mehr erwachsene hunde sehr gut hauler fangen an da das wasser rein zu füllen das ist auch schon mal sehr schön was können wir jetzt noch im augenblick machen schmieden sind unten aufgebaut also gibt es jetzt als nächstes einen bars und blocs stompile stockpile hier aber der nimmt nur genau bars und bars und der nimmt keine blocs an obwohl doch solche blocs kann er annehmen metall blöcke die erlauben wir mal wieder permit und glas nein verbitt glas und diamanten kommen dann ins nächste geschoss wenn wir mal kurz gucken wie weit die leute so sind da macht einer noch ein paar leder caps wurden bins rockpots ist alles noch in der arbeit was machen denn die basis die haben keinen job also rockpots werden bei in stock war den hier gemacht jub gucken wir mal kurz was unsere ammunition jetzt sagt ja wir kriegen langsam steuer und spiel wir werden wahrscheinlich irgendwo auf der nächsten seite sein totems kopf ist body parts remains body parts corpses body parts shells bones ja wir haben sehr viele bones wir müssen vor allem viele dog bones haben ja hier ja okay also bei uns wird es uns so schnell nicht mangeln so da ist gerade mining pause wahrscheinlich bei hier gearbeitet wird oder ja einer ist hier fleißig beim weg machen und lass mich raten das ding kann nicht gewuft werden weil es nicht zugänglich ist oder keine ahnung hier kann ich meinen blick drauf werfen light dark subterade aufgrund okay das könnte ein kleines problemchen geben weil man braucht wirklich das reviews kann mir erst mal produziert leid und above ground also wie man sehen kann hier ist sind wir in zeit mit leid und above ground und hier sind wir auch zeit weil wir da noch keine floor grades drauf gemacht haben halb so wild kaum schafft mehr wasser an was macht mein zweiter der trinkt ok soll ruhig machen und der erste der ist immer noch beim meinen beim channel aber wo bitte also der macht jetzt das kleine fitzlichen da oben weg gut zurück zum eingang wir haben nämlich noch viel viel mehr vor es wird nämlich zeit dass wir einen ordentlichen schießstand bauen obwohl dafür müssen wir erst warum wäre es bei die meiner in freiheit gut ja im augenblick kann wirklich nicht sehr viel gemacht werden und das mit dem anti-buckets nervt langsam nervt langsam äh zum to location das kann man glaube ich auch irgendwo einstellen dass diese nachrichten nicht ständig kommen unter reports nein set order mix food dwarfs all harvest announce some most announce some job cancels okay na gut müssen wir erstmal damit leben was sagt eigentlich der stockpile hier die müssen wir ja auch noch umstellen der nimmt nämlich keine bars mehr auf vorbett vorbett und auch keine metall blöcke und games und glas wird er auch bald nicht mehr aufnehmen so so der ist immer noch beim channel okay dass da eine ist weg ja dafür wird jetzt hier langsam weggechannellt die leiter ist auch schon weg wie viele ebenen haben wir denn noch mehr als genug dumm 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 so 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 äh ja was ist mit der stelle die müsste auch noch weg gemacht werden okay der eine geht wieder dicken der andere also meiner und der andere kommt zum channeln okay langsam wird es lustig genau darin genau darin gut gut die channel befehl nächste ebene weg bitte so mit dessen beschäftigen sich beide erstmal damit hier frei zu machen auch gut wasser füllt sich aber nur langsam was liegen da für sachen rum was liegen da für sachen rum sild gras und leder caps was sagt der job manager es werden nur noch bolzen und pots gebaut ok über also noch bone bolts drin deswegen werden gerade keine pots gemacht irgendwie kann man den glaube ich auch repeat workshop profile äh permitted worker ach ne das quass nicht wie beruf buildings suspend cancel current tasks nö also ja wir werden auf jeden fall noch mehr äh von denen hier brauchen weil er denen hier sollten eigentlich nur walkcrafts gemacht werden und walkpots wenn wir bolzen brauchen schwierig würde ich sagen packen wir die knochen macherei ziemlich weit nach unten auf dieselbe höhe wie glas und edelsteine das wird nicht nämlich nicht so oft gebraucht und mein boden wird schlammig kommt leute haut wasser hier rein wir brauchen da wasser drin sehr schön langsam füllt sich das ding und wir haben nur 38 naja für 41 eitlers was sagen die küchen die küchen sagen sie haben gerade nichts zu tun ihr seid aber noch beim getränkebrauen ok was sagen die seeds kitchen plum pebbles bauen haben wir viel wir haben pick taste bauen wir haben sweet pot seeds was wir nicht haben ist cave read im augenblick und was wir auch nicht haben sind query bush wie viele queries haben wir hier wieder mal mehr als genug würde ich sagen also add new task prozess plans to pack repeat so und ein hauler ist von einer mut befallen jetzt wird er gleich wieder schreien dass er einen workshop claimt ja dann claim mal so er holt sich schon mal einen stein dem bei artefakt äh das l runde ledertur bar gabbro amulett und das hier wird als bar block bin verwurstet die kiste naja was sagen die jobs es werden noch work boots gemacht aber was wir auch noch brauchen ganz dringend rock door mach mal 30 stück davon um 81 81 81 82 84